Außer trinken kann man ja nicht mehr viel tun. Nehmen Sie doch bitte Platz. So, ist gut. Das hat schon seine Richtigkeit. Ich muss hier weg. Oh, 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 oh. Das ist ja noch wirklich sehr schön mit der Berne. Das ist ja Artillerie. Das ist ja Artillerie. Du spinnst doch, woher sollen die mit Artillerie schießen? Frau Junge, Sie haben recht. Das sind keine Pflegerbomben. Das ist Artillerie. Das sind die Russen. Das ist ja ein sauberes Geburtstagsgeschenk. Sind das Deutsche geschützt, die solchen Namen machen? Ich flüchte, nein. Aber Steines Angriff musste schon im Rollen sein. Wir müssen bald wie möglich verschwinden. Es bleibt nicht mehr viel Zeit. Aber der Führer ist so zuversichtlich, dass er die Lage meistern kann. Er ist sicher, dass der Angriff von Steine alles zum Guten wenden wird. Ich habe ihn mehrmals sagen hören, dass dieser Angriff das gesamte Kriegsgeschehen beeinflussen wird. Jeder in der Umgebung des Syrers weiß, dass das ein Hirngespinsel ist. Fantasie! Ich würde mich wundern, wenn er selbst daran glaubt. Aber was soll das denn heißen? Warum sollte er denn ein Spiel mit uns spielen? Was hat er denn noch zu verlieren? Ich glaube ihm kein Wort! ZIP-Nurie BUNK 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 Untertitelung des ZDF, 2020